Taylor Swift wird emotional, da sich ihre The Errors-Tour dem Ende zuneigt. Nach sechs überwältigenden Konzerten in Toronto teilt sie ihre Gefühle mit ihren Fans. Auf Instagram schreibt sie, unsere sechs Shows in Toronto waren so unglaublich. Es war großartig, nach so langer Zeit wieder in Kanada zu spielen. Nun führt die Tour sie nach Vancouver zu den letzten drei Auftritten. Vancouver, wir können es kaum erwarten, für unsere letzten drei Shows noch einmal alles zu geben, verkündet sie. Taylor zeigt tiefe Bewunderung für Gracie Abrams, die sie überraschend auf der Bühne begleitet hat. Sie erklärt, dass die Emotionen für sie und ihr Team nun sehr intensiv geworden sind. Es ist extrem real für uns geworden. Unsere nächste Stadt wird die letzte der Errors-Tour sein, teilt sie mit. Und den Abschluss des außergewöhnlichsten Kapitels meines bisherigen Lebens darstellen. Auf TikTok kursieren Videos, die Taylor weinend auf der Bühne zeigen, während sie über das bevorstehende Finale spricht. Die Errors-Tour ist eine Reise durch Taylors musikalische Entwicklung und verschiedene Schaffensphasen. Seit Beginn der Tour vor knapp zwei Jahren hat sie Millionen Fans weltweit begeistert. Unzählige ausverkaufte Shows prägen die Tournee. Jede Show dauert über dreieinhalb Stunden und umfasst über 40 Songs. Insgesamt trat die Grammy-Gewinnerin fast 150 Mal auf. Nach dem letzten Konzert am 8. Dezember hat Taylor sich eine Pause redlich verdient. Verkaufte Shows Ettlich